Ich habe gerne als Kind mal Zimt gegessen. Und das schmeckt dann zuerst süß, dann scharf, dann wieder süß, dann wieder scharf. Also die Schärfe und Süße, die wechseln sich die ganze Zeit ab. Und das ist so cool, das kenne ich von keinem anderen Lebensmittel, das ich so geschmecke, so ständig. Und unerwartet abwechseln. Und dann, wenn man es geschluckt hat, dann bleibt so eine Schärfe zurück. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Untertitelung des ZDF, 2020